so hallo wir machen weiter bei kirby und das vergessene land und jetzt bleibt uns nichts anderes als zum boss der vierten welt zu gehen es bleibt eigentlich schon was anderes aber das machen jetzt noch nicht es bliebe die die paar sterne vorher zu machen wir gehen jetzt erstmal zum boss der vierten welt und ich bin sehr gespannt wer da auf mich wartet er nennt sich bestienkönig so mal gucken mal gucken auftritt des bestienkönigs wer hat sich in dieser welt breitgemacht hier gibt es meine maxi tomate chlor warum auch nicht hier ich krieg bestimmtes schwert das schwert ist keines von den auswählbaren waffen dann nehmen wir das drachenfeuer aber dass ich das schwert nicht auswählen kann schade na gut muss ich mit schwert hier reingehen egal so es wird sowieso eine mission sein besiegen ohne ohne fähigkeit also kann ich ja außen irgendwo hin keine verstecke kein gar nichts wir gehen rein es ist ddd hey ich habe die mütze erkannt das ist ddd ja ich habe die mütze schon längst gesehen ja okay also steckt doch wieder ddd hinter allem oder ist der nur hier mit reingeraten und macht jetzt hier einen auf ich meine ddd war noch nie der endboss es war immer irgendein albtraum viech irgendwas erst mal ausweichen wäre ja cool wenn wir es gleich schaffen würden ohne schaden hier durch zu kommen mit dem feuer wird das schon gute chancen ich meine ich weiß nicht was alles so kann aber weg 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 oh boy oh boy ähm rosa okay aber er hat immerhin sein richtiges theme dabei sehr gut immerhin ihm haben sie sein lied gelassen auch wenn sie das von metanite weggenommen haben aber ich wette berühren darf ich ihn nicht deswegen versuche ich immer wegzulaufen aber gleich ist er bei der hälfte dann kommt wahrscheinlich die spezialfähigkeit wieder raus scheiße boah das war knapp als konnte ich ihm böse geben züpft er wieder irgendwo hin ähm okay was kannst du damit äh okay ja ich kann ja drüber fliegen alles gut oh bruder oh scheiße ja soviel zu ohne schaden schade hat nicht funktioniert ah ok also mit der mit der fähigkeit mit dem mit 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 dem mit der attack kriegt er mich noch ein paar mal aber an sich ist er nicht schwierig der ist einfacher als tazandra also ihn normal zu schaffen ist kein thema ok das war nicht schwierig das kommt mir fast zu leicht vor aber gut wir siegen den boss ohne zu blocken ok wie hätte ich überhaupt blocken können hä wie kann ich blocken keine ahnung ok nächste bombe nice sucherbombe burn 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 verbrenne na gut na gut ok jetzt kommen natürlich noch die ganzen anderen missionen aber ja er steht natürlich wieder auf verschlucke könig dede des hammer oh das geht ok interessant ja dann sind die anderen zwei missionen halt die zeit mission und ohne schaden mission ok oh lol er schnappt sich ihn ich meine ich habe jetzt keine so krass emotionale bindung zu ihm aufgebaut aber natürlich sollten wir ihn retten ok wohin geht es jetzt als nächstes wohin geht es als nächstes das ist die große frage ok da taucht wahrscheinlich das schiff auf ach hier drüben ist eine neue welt ach gucke mal da fliegt er einfach mal hin Origins Originis Wüste ok Elphilin wurde von König Dede entführt er konnte das nächste Gebiet und rette Elphilin ok ok ja suchen tun wir später ich will nur mal gucken ja das machen wir alles später ich will nur mal gucken ja ok ok also wir sind wir sind noch lange nicht durch das ist wirklich so eine Art und ja Halbzeit könnte man vielleicht sagen weil man sieht es ja schon nach dieser Welt kommt dann auf jeden Fall noch eine sechste Welt also fünfte Welt ist so eine Art Wüsten und dann sechste Welt und so weiter da kommt noch einiges ok sehr gut sehr gut sehr gut dann zurück zum DDD Kampf und Missionen machen also mindestens zwei Welten haben wir noch vor uns mindestens wenn nicht mehr wenn nicht mehr so ich soll den Hammer verschlucken ok das heißt wir müssen eh als nur Kirby reingehen dann werden wir aber als nur Kirby werden wir garantiert nicht die Zeitmission schaffen so das kann ich mir jetzt schon denken aber ist ja erstmal egal dann verschlucken wir mal den Hammer ich wollte den Hammer ok wie kann ich den Hammer überhaupt verschlucken aua ich will den Stern nicht einsaugen ich will den Hammer ok wie krieg ich den Hammer verschluckt weil immer wenn immer wenn ich den Hammer ansaugen könnte ist irgendwas anderes in der Nähe aua na so ein Stern zum Beispiel ich krieg den Hammer nicht wie soll ich den Hammer denn verschlucken vielleicht kann ich das wenn ich ihm genug Schaden zugefügt habe oder so na vielleicht liegt er irgendwann mal so dermaßen auf dem Boden dass ich dann den Hammer verschlucken kann ach Mist weil es zieht immer erst es zieht immer erst alles andere ein und dann ja und dann geht es schon wieder weiter also so habe ich keine Chance an den Hammer ranzukommen jetzt vielleicht yes ok nice jetzt muss ich allerdings das auch noch schaffen sonst gehe ich Game Over und dann ist wahrscheinlich wieder vorbei ok der Hammer ist allerdings nicht sonderlich stark im Gegensatz zu den Sternen oh scheiße scheiße der haut drauf uah oh das war nicht die richtige Richtung ach Mist ok jetzt wird es knapp hier nice gut er hat eine Mission erledigt jetzt muss halt wahrscheinlich die Mission ohne Schaden und die Zeitmission noch durchgehen ok aber Schaden macht eigentlich auch nur wenn wir mal ehrlich sind auch nur die Phase äh die die Dingsphase die die Säulenphase ok 1.30 ok gehen wir erstmal auf die Zeit ist in Ordnung dann hole ich mir aber für die Zeitmission hole ich mir mein Schwert ich kann mir gut vorstellen dass das Schwert hier eine sehr gute Wahl ist und jetzt erstmal die Bomben aktualisieren dann haben die Bomben auch Level 3 und jetzt siehst du irgendwas von Zeitbombe ne das klingt eigentlich nicht verkehrt ah ne Sucherbombe nix Zeitbombe ich bin lost die sind dann zielsuchend oder was das wäre ja noch geiler die sind zielsuchend wie geil die sind zielsuchend die sind zielsuchend wie geil zu einer ja das ist ja super geil ok sehr geil sehr geil könnten wir ja eigentlich auch gleich ausprobieren gegen DDD ich meine jetzt wo die stärker sind na wär doch ne Idee oh was mit dir ja wow das war ein wichtiger Text auf jeden Fall aber das Spiel hat jetzt nicht sonderlich viel getan um ne emotionale Bindung von mir zu Elflien zu entwickeln muss ich gestehen also klar retten wir ihn oder sie ne ist es glaube ich ein R klar retten wir ihn aber ist jetzt nicht so ja egal ok mit den Bomben ist jetzt ja auch erstmal egal es geht jetzt nur um die Zeit das heißt ich kann ja Schaden nehmen yeah die gehen halt wirklich voll zielsuchend ab finde ich gut DDD hab da was für dich ach scheiße aber ich bin echt schon total gespannt ja ich bin echt schon total gespannt wer dann der Endboss also DDD ist safe nicht der Hauptboss hier safe nicht war es noch nie war er noch nie kann ich mir nicht vorstellen die gehen jetzt ja eigentlich auch müssten die nicht auch zu ihm gehen so ein bisschen naja nicht so wie ich mir das erhofft habe ehrlich gesagt aber da es gerade eh nur um Zeit geht hau ich einfach jetzt drauf ich hoffe das war 1.30 ich hoffe das war 1.30 man hat ja keine Zeitanzeige so war das 1.30 das ist wohl ein nein scheiße okay keine 1.30 geschafft ist jetzt die Frage war es knapp oder nicht ja ja und dann noch ohne Schaden klar der typische der typische die typische Variante okay dann würde ich sagen nehmen wir nochmal das Feuer für die 1.30 mit den Bomben war jetzt ja nur ein Versuch weil ich sie gerade bekommen habe nehmen wir das Feuer gerade wenn ich Schaden nehmen darf sollte das Feuer die beste Wahl sein weil dieses dass er konstant Schaden bekommt durchs Brennen das ist halt ein echt krasser Effekt der halt auch gerade wenn es um Zeit geht richtig böse wirken kann ich meine schaut euch das an wir sind jetzt schon bei der Hälfte fast also wenn das nicht krass ist weiß ich auch nicht wir sind jetzt einfach schon bei der Säule wir sind jetzt schon bei der Säule ist das krass oder was und der Nick kriegt halt trotzdem er zieht die ganze Zeit kriegt er Schaden wow sick ich glaube das war sogar unter der Minute ich weiß es aber nicht wir werden es nicht sehen wir werden nur sehen dass es die 1.30 war die 1.30 war safe ja die 1.30 war das safe okay fehlt nur noch ohne Schaden dddd ohne Schaden ich bin gespannt auch da würde ich aber fast wieder sagen wenn ich mit dem Feuer aufpasse ist das Feuer eigentlich die beste Wahl ich darf halt nicht ich muss halt nicht ich muss mich ja nicht die ganze Zeit treffen lassen ich kann ja da ganz gechillt eigentlich rangehen brauche jetzt auch keine Maxi Tomate weil ich darf mich ja eh nicht treffen lassen das ist doch dumm Brenne! Er brennt ganz gut. Okay, jetzt kommen die Sprünge und der große Sprung. Das wollte ich nicht, das war riskant, aber das wollte ich auch nicht. Jetzt brennt er aber richtig. Sehr geil. So, jetzt kommt die schwierige, also was heißt die schwierige Phase, aber jetzt kommt halt die Phase, wo ich ein bisschen aufpassen muss. Oh, okay. Schlechte Seite gewählt. Ich muss eigentlich einfach nur weit genug weg, dass er mir halt nicht ins Gesicht schlagen kann. Das ist eigentlich alles. Dann habe ich genug Zeit, um immer auszuweichen. Ja, easy. Ja, easy. Den Rest erledigt das Feuer. Ha! Supergut! Den Rest erledigt einfach das Feuer. Genau deswegen ist das Feuer die beste Wahl für sowas. Einfach genial. Und vor allem das Drachenfeuer ist halt auch noch richtig stark. Zack! Das kommt halt noch dazu. Nice! Zack! Prima! Läuft! Ui! Sehr schön! Haben wir's doch schon. Dann haben wir jetzt sogar noch ein bisschen Zeit für die zwei Sterne, die in der Winterkuppe noch übrig sind. Ne? Hier ist noch einer und da drüben ist der andere. Eisschatz. Okay, machen wir erst Eisschatz. Let's go. Ey! Rutschpartie! Achso, nicht so. Okay. Einfach Gas geben. Ui! Seeh nix, okay. Nein! Die Zeit... Oh, bitte lass's 45 sein. Bitte lass's 45 sein. Komm, 1.15. Yes. So mag ich das. Prima. Und Autostor... Oh, mit dem Auto hatten wir noch gar keinen Schatzstraße, ne? Uh, jetzt darf man Auto fahren. Fließbandpiste. Oh, das sieht cool aus. Nobs. Und ab dafür. Wow, 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 Kollege. Alles gut, alles gut. Chill, chill. Scheiße. Okay, da Vielleicht ist es hier nicht so gut zu hetzen Vielleicht ist es hier nicht ganz so gut zu hetzen Okay, jetzt geht's wieder alle richtig ab hier Oh, wir schaffen es nicht mal Ah doch, wir schaffen es Okay, aber war natürlich keine gute Zeit Das ist klar Wie viel schneller muss ich sein? Okay, 20 Sekunden Vielleicht nicht ganz so viel Gas geben Okay, jetzt geht's Ah, war riskant, aber passt Nein, ah scheiße, du weg Oh, ich seh da was Ich kann von hier drüber springen Ich glaube, ich kann von hier drüber springen Wenn ich gut genug bin Ja, okay, das muss ich machen Das muss ich auf jeden Fall machen Okay Nice Oh, und hier auch Okay Ja, das muss ich auch nutzen Okay, das muss ich auch nutzen Gut Noch eine Abkürzung gesehen Gut So weit, so gut. Jetzt keine Scheiße bauen. Ja. Keine Scheiße bauen. Wir schaffen's. Nice. Huh. Huh. Huiuiui. Sehr schön. Wir haben keine Scheiße gebaut. Okay. Ich frage mich jetzt nur gerade, dadurch, dass wir ein paar neue Fähigkeiten freigeschaltet haben, gibt es vielleicht irgendwo noch neu versteckte Sterne. Wisst ihr, wie ich meine? Gibt es irgendwo noch versteckte Sterne, die vorher nicht auftauchen konnten? Aber das wäre irgendwie... Ich weiß nicht, das wäre irgendwie wieder dumm. So, wenn die erst nach einer Weile auftauchen und man dann nochmal alles absuchen müsste. Das wäre irgendwie... Aber wir hatten's halt schon ein paar Mal, dass die dann später erst auswählbar waren. Deswegen würde ich jetzt gerade nochmal die Welten so ein bisschen abfliegen. Guck mal, hier zum Beispiel. Hier waren wir. Hier ist nichts bisher, obwohl hier ein Gebäude ist. Das ist sehr ungewöhnlich. Oder waren da Mün... Ah, es könnte sein, dass bei dem Gebäude Münzen waren und ich es jetzt noch nicht mehr weiß. Das wäre gut möglich, ja. Aber ich will, wie gesagt, nochmal kurz alles ein bisschen übergucken. Könnte ja sein, dass wir irgendwas verpasst haben. Das wollen wir natürlich nicht, ne? Aber ja, ich glaube, da waren Münzen bei den verschiedenen Sachen, wo ich jetzt nichts Spezielles mehr finde. Okay, hier haben wir auch alles. Also Welt 3 haben wir auch nochmal abgeguckt. Gibt's hier noch irgendwas? Haben wir hier noch irgendwas übersehen? Ich denke nicht. Nein, ich denke wirklich nicht. Wie gesagt, es wäre auch irgendwie doof, wenn da noch was käme. Nachträglich, plötzlich. Das scheint mir doch eher nicht der Fall zu sein. Nee, wir haben alles gemacht bisher. Oha! Okay, war nur eine Münze. Aber hey, ich habe nochmal was gefunden. Darum ging's mir. Es war nur eine Münze, aber... Äh, 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 ne? Okay. Dann. Wäre das das nächste Level. In der Originis-Wüste. Aber vorher können wir kurz aufdecken. Da geht's schon wieder los. Stern Nummer 1. Hier ist nix weiter. Okay. Auch nicht. Aha. Münzen. Ja, hier ist dann ein Boss-Kampf. Logisch. Das sind alles Level. Ja, hier hinten ist auf jeden Fall was. Klar. Und zwar ein Stern. Das ist hier im Prinzip ganz klar gewesen. Münzen. Jawohl. Hier irgendwas im Wasser. Nein. Okay. Das könnte sogar ein Devil hier werden. Münzen. Jawohl. Okay. Ich denke, wir haben alles... Ah, noch nicht alles. Aber jetzt denke ich, haben wir alles gesehen. Vorerst. Das ist immer ein Vorerst. Okay. Ja, leveltechnisch. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ah, der typische Ablauf. Okay. Dann also nächstes Mal und das auch in der nächsten Aufnahmesession, weil ich höre hier wieder auf. Ähm, Welt 5. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.